Sieht ein bisschen wild aus bei mir, ne? Und ich schaffe es sogar, in so einem Spiel Holzmangel zu haben. Ist furchtbar. Und schon wieder wach? Ja, Respekt. Nein, du kannst die Hütte bauen. Ja, du, mach mal. Ist fertig? Und du baust das Bett? So, bitte auch immer ein bisschen Essen grillen. Und, ähm, was brauchen wir da noch? Ich hab doch bestimmt schon Speerspitzen. Also, jetzt müssten wir doch eigentlich auch jagen können. Hier, schnapp dir mal so. Ah, okay. Aber auch das müssen wir erst erforschen. Und ihr seid auch noch am forschen. Was zur Hölle? Knutscht ihr mit dem Stein? Echt? Gerade gelernt, wenn ich Shift gedrückt halte, kann ich rennen. Aha. Einsägen. Na, und wie läuft's? Das war schon eine aufregende Zeit, ähm, in der Steinzeit. Apropos Stein. Ist das nicht weh? Zoom auf die überletzte Nachrichtigung mit Enter. Was? Der Fortschritt ist fast abgeschlossen. Okay. Durchbruch. Bäume fällen. Mit einer Axt kann man jeden Baum auf der Welt fällen. Ach, nee. Äh, wenn du einen Baum fällst, liefert er dir Stöcke und Scheite zum Bau von Gebäuden und Holz für ein Feuer. Nett. Habe ich jetzt besseres Holz? Kann ich dann neue Sachen bauen? Das nicht. Muss ich die dann auch wieder erforschen? Welchen von euch? Wollte ich... Können wir hier mit was... Ja, wir können hier forschen. Das ist gut. Und hier auch. Das ist halt auch wieder so ultra... Wenn das jetzt ein Kerl wäre, ne? Das ist eine Frau. Aber nicht ganz so pervers. Was ist eigentlich aus dem Mammut geworden? Hääääh. Alter. Mammutfleisch. Essen geht mir erstmal nicht aus. Ist der näher Platz? Habe ich da schon wieder gg? Was machst du? Du erforscht... Ah ja. Du erforscht jetzt, wie man eine Frucht im Prinzip in den Boden setzt. Und ich weiß nicht, jetzt wo wir unser erstes Haus gesetzt haben, können wir vielleicht mal was Cooleres probieren. Also wir machen wieder eine Tür. Vielleicht könnten wir ja noch ein Lager brauchen. Dein Stamm hat Töpfern entdeckt. Töpfern? Oh. Dekoriere mit Lehm, Vase, Nass. Zum Dekorieren irgendwo hinstellen. Was ist das in der Sache? Lehm. Töpfern, dein Stamm, hat Lehm entdeckt. Ähm, bei ihren Nachforschungen entdeckten sie, dass Baro seine Form behält. Baro? Wenn es austrocknet. Was können wir sonst noch damit machen? Freigeschaltet. Lehmziegel. Und, ähm, ungebrannte Vase. Kann ich jetzt was Neues bauen? Nicht wirklich. So, also nochmal planen. Ähm, hier, ähm, mhm, ähm, so. Strohwand. Könnte ich dann wieder so setzen. Und vielleicht könnten wir dann... So. Und vielleicht so. Und dann, ähm, vielleicht... Hier so ein Fenster und... So kann man aber nicht verbinden, ne? Und dann machen wir halt jetzt wieder... Hängt die in der Luft, oder? Gibt's da nicht auch noch halbe Wände? Tatsächlich. Die bräuchte ich dann hier. Und, ähm, ähm, Treppen kann ich ja noch nicht. Bräuchte jetzt aber hier ein anderes Dach im Prinzip. So und so. Wie bringe ich dich dann dicht? Großes Strohdach. Eck. Das... Ah, fuck. Okay. Das hätte ich mit vier... Weg, 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 weg. Und dann das Eckteil. Wie kann ich das drehen? X. X. So. So als... Schlafraum? Keine Ahnung. Caro lernte Holzschnitzerei. Ich weiß nicht, ob die Vase Sinn hat. Für Wänden. Platzieren. Vielleicht so an die Tür, so. Kleine Ahnung. Zack. Cool. Total sinnlos. Egal. Neuer... Neuer Durchbruch Holzschnitzerei. Euer Stamm hat entdeckt, dass er Baumstämme fällen kann, um Werkzeuge und Holz für den Bau von Gebäuden herzustellen. Spaltholz und Holztrommel. Kann ich die jetzt hier bauen? Was brauche ich die? Musik hilft bewohnerbar... Komm, mach mal. Und hier bauen wir... Lehmziegel. Ja, komm, mach mal. Und hier bauen wir... Und hier bauen wir... Böcker schlachten. Alter, ich hab... Kein brennendes Feuer. Warum nicht? Nicht genug Brennholz. Neuer Durchbruch... Wann, jetzt geht's aber ab hier. Pflanzen. Eines Tages schüttelte ein Bewohner Samen in den Boden und beobachtete, dass eine Pflanze wuchs. Verwirrt pflanzte er ein Samenkorn in die Erde. Mit der Zeit wuchs ein Keim. Prima. Ähm... Ich glaub, Essen ist gerade echt nicht das Thema, ne? Holz. Vielleicht fällen wir einfach die Bäume weg. Pflanzenbirke. Pflanzenbirke. Habe ich hier vielleicht schon... Ne, hier müssen wir erst wieder forschen. Was bist du? Boah, wie sich alle drauf stürzen. Ihr würdet gerne weitermachen, ne? Wir haben nur kein Holz. Was macht denn hier oben einer? Was machst du da? Lotti. Alles okay? Stör ich? Vielleicht? Nein. 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 Holz. Samen. So, Apfelbäume oder so habe ich aber auch noch nicht gesehen. Was geht bei euch? Upsala. Ist meditieren das neue Schlafen? Mir fehlt auch Heu. Hier war doch vorhin nochmal alles voll mit Heu. Da. Ist das hier Heu? Oder... Das hier Heu? Hier. 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 hier baut keiner wegen bedürfnis erde ich brauche erde was ist bei euch los kalt sehr kalt hohes risiko eine unterkühlung zu entwickeln als feuer aus ist wollt ihr da nicht vielleicht das holz auch sammeln was ich da oben angeklickt habe leute ist zu dunkel in einer stunde kalt und dunkel kein bock und kennt es liegt hier noch holz rum aber so tag nein der muss safe aufs klo sammelnde bürken samen ok irgendeine alibi ausrede braucht er ja klar hier liegt holz so können wir jetzt wieder doch gute bretter liegen da auf geht's wo wir auch mal wieder forschen können was mir auch fehlt ich sehe gar nicht habe ich jetzt noch genug nahrung habe ich es nicht die kann ich jagen die kann ich nur forschen der dorfbewohner wäre schon nice hallo alpaka ich sehe doch ab und zu mal was im chat ein steinzeit simulator ja ja so was sieht ein bisschen wild aus bei mir ne und ich hab ich schaff sogar in so einem spiel holzmangel zu haben ist furchtbar und ne ruinen aufbau ne lauter baustellen es zieht sich einfach durch jedes spiel bei mir ist hier das problem verschleiß mein feuer brennt aber immer noch nicht habe ich jetzt voller autoforschung ich habe stein gefunden ich hole noch einen pflanze 10 fruchtträgige bäume oder pflanze oder pflanzen pflanzen oh rumbärstrau kann ich oh sagen so zwischen die hütten so vielleicht zehn stück neuer durchbruch feuerstein schnitzen euer stamm hat entdeckt das feuerstein schärfer ist als normale steine dieses material ist auch stärker ja mach lieber das feuer an verdammt ja dir habe ich den job gegeben genau dir ach an jetzt stolze hingeschmissen das das gute holz ja esser das war vielleicht doch noch ein bisschen jagen spiel spiel aus stein ich habe keine spiel spiel let's go wahrscheinlich spiel wie gesagt ich sehe nicht was ich habe und was ich nicht habe das ist ein bisschen kacke aus feuerstein spiel 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 holz wird für baumaterial verwendet mach mal und ich hätte auch gern noch zwei kiefern hier so bumm voll riesig bumm warum nicht ich könnte auch sagen ich nehme jetzt mal abheben ist das was heißt denn abheben das doch schon weg machen oder und baue ich dann halt zwei neue beziehungsweise ich kann ja auch gleich Wollbetten bauen hier drin vielleicht so noch ein Bettchen und so noch und wir bauen vielleicht auch na Elende ist zu steil komm zwei weg zwei neue gesetzt schon passen schneids gerade what the fuck haben wir noch holz was geht eigentlich da hinten so weit weg das ist bestimmt schon vergammelt die bären kann man die die nie ach ich will das gar nicht dass ihr das sammelt das ist alles so weit weg Lotti ausgeben Birken Saatgut für Lagerplatz Lägg los es ist wow es ist cool mit dem zoom Ich weiß zwar noch nicht, was der Sinn dahinter ist, aber ist okay. Hast du die Betten weg? Kann ich sagen, du kannst das nicht. Wieder keiner da, ne? Dem ich das zuweisen könnte. Und der Weg hier, den ich gesetzt habe, das war auch irgendwie so ein Griff ins Klo. Es gibt keine untätigen und fotofähigen Bewohner in der Nähe für die Besatzung von Graben. Alter, da liegt der Schnee. Was wächst hier? Geh mal grillen. Geh mal, Ah. Bedürfnis ein eine Ananas Ananas Ananas? War das nicht eine Birke? Krass wie überall Schnee liegt Ananas Turborein jetzt Während du was machst Erstelle Speerspitze Okay, das heißt doch Ich könnte jetzt Wo sind die Viecher hin? Sind sie nicht mehr da? Toll Da Speer aus Stein Ja, mach ich doch Bedürfnis Eine Johannes Beere Die ich nicht habe, weil Oh, oh, oh Forschung, Musik Wie wärs? Das liegt hier rum Ein anderer Stamm wurde entdeckt Zu mir Okay Wo Wo Beziehungsweise Ihr Könntet ihr Ein paar Früchte ernten Wo ist der andere Stamm? Bitte zieht zu Ich brauche mehr Leute Viel mehr Wow ich hätte enter drücken müssen einfach tja ich sehe sie nicht die lernte holzbau du lernst musik machen neuer durchbruch holzbau als die baumstämme spalteten entdeckte ein stamm ein material zum bau starker regenfester häuser jetzt läuft es hier was passiert hier ja nice so dann du zerlegst das vier hier würde ich gerne noch essen machen oh du bist neu bist du der neue stamm ja supi das habe ich jetzt zufällig gesehen und hocks auf meinem bett ja dann lass dich rekrutieren von einem jemand wer kennt es nicht ja läuft nächste woche in irgendeiner disco self oh lernte musik dein stamm hat ein instrument gebaut und liebt den klang musik macht die sapiens glücklich das war jetzt natürlich auch wieder total richtig nicht brauchen wir vielleicht was zum graben ne und im boden zu graben und jetzt ist das ganze fleisch dahinter können die nicht untereinander vielleicht sich schulen muss dass jeder verdorbene was bringt mir das ah dekürieren mit wolle wollbett oh 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 holztreppe das boden jetzt habe ich halt schon so eine hütte hier für die hier eigentlich was braucht also dinger gras haben wir ja genug stöcke nicht baum ähm stämme wie ich es gerade wie ich mittlerweile viele habe sondern stöcke stöcke ja kein licht fucking anzünden oder bis morgen warten ja mein gott könnte auch bis morgen warten irgendwie habe ich immer noch kein speer ich weiß auch nicht baumaterialien let's go wo sehe ich eins zwei drei vier fünf jetzt haben wir schon sieben immerhin ne der kann hier gar nichts das ist ja offensichtlich aber auch keiner irgendwie essen machen kann habe ich denn überhaupt genug betten sechs wie viel hatte ich eins zwei drei vier fünf sechs sieben natürlich nicht genug so dann machen wir noch hier schnell ein wollbett so vielleicht es pennt alles das wird hier irgendwie nichts mit pflanzen ne es sind keine fähigen bewohner zum pflanzen zugeordnet muss ich den job erst ähm pflanzen pflanzen zugewiesen niemand aha ok ähm schwanger lotti ok wo ist denn wo ist denn vielleicht sollte ich mir die berufe doch mal angucken ne aber irgendeiner muss doch was ist das hier premium experte bewohner können nicht mehr als sechs berufe ausüben ok welchen nehme ich dich denn jetzt dafür ja ach so jetzt kannst du es alle zugewiesen das wollte ich eigentlich gar nicht lol was ist passiert ha los geht's ok basic cooking ok ok basic cooking ok graben so feuerstein schnitzen ok dann müssten wir vielleicht mal diplomatie kann wir ja mal einen wegnehmen zooma weg ah jetzt verstehe ich das ok was kann ich zooma hier dazu tun jetzt hast du das auch gelernt ah ok tiere zerlegen töpfern ok cool dann müsste ja jetzt wieder ein bisschen mehr passieren alter du gehst ja ab kein brennendes lagerfeuer was ist hier das problem kein brennholz natürlich wo 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 Das ist so arschweit weg alles. Das ist das Problem. Was haben wir denn hier? Du wirst gefällt. Du hast keine Stickies für mich. Auch nicht. Pappelsa. Komm, sammle mal. Nichts. Hier. 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 So. Liegt noch einer. Noch Lehm mitnehmen. Gut. Weiter. Jetzt habt ihr auch mal was an der Witte hier gebaut. Und dann könnten wir hier vielleicht noch... Speerspitzen. Speerspitzen. Oh krass. Und jetzt baut auch jemand den Weg. Ja nice. Mein erster Busch ist fertig. Muss ich eigentlich mal wieder Lage... Ja. Sollte vielleicht auch mal wieder Lagefläche erweitern. Sieht wild aus. Nicht genug Wolle. Puh. Puh. Das bedeutet... Hier. Speer aussteigen. Verdammt. Vorhin konntet ihr die doch auch killen. Kann nicht erstellen Alpaka-Schlachtenbedürfnis ein totes Alpaka. Nicht, dass dann... Abbrechen. Was haben wir denn hier? Ja, okay. Also während wir warten, dann könnte ich ja mal gucken, was ich jetzt so tolles mit dem Holz tun kann. Nale lernte graben. Schön. Geh graben. Wird mal gern. Ach, kein Platz. Ähm. Holzwand. Boah, jetzt sind wir aber schon richtig im Berg drin. Das ist doch scheiße. Willst du jetzt eine kleine nehmen, ne? Nee, die ist nur zum Draufsetzen. Okay. Da. Jetzt geht das doch. Komm, ich hatte es. Ja. Und? Und? Und muss ich sagen, Graben? Ich wollte eigentlich nochmal so eine Treppe ausprobieren. Johannes-Bären, kein Johannes-Bären. Aber hier haben wir jetzt ein bisschen gegraben, das heißt, du kannst ein bisschen Weg bauen. Was machst du denn da? Bigborn. Bigborn. Ah, nice. Terraform, ne? Das ist schon besser, Alter. Schon besser, Alter. Wir können hier noch ein bisschen graben. Oh, Feuer. Und dann geht das so. wenn die hütte fertig ist dass ich mal wenigstens mal die wenigstens euch mal so unter dem dach bekommen das war doch was was passiert eigentlich wie realistisch wäre realistisch dieses spiel wahrscheinlich nicht so was passiert wenn ich so ein lagerfeuer in so eine hütte baum hallo agent übrigens weil twitch heute komplett spackt der chat geht auch nicht richtig tut ihr irgendwas abgeschaltet nie ist abgeschaltet die hält der sitzung und hier auch immerhin geht es ihnen gut schwanger optimistisch kreativ ja okay also wenn ich die bäume nicht pflanzen kann kann ich vielleicht andere pflanzen bürke vielleicht haben wir ja ein paar mehr glück oder hier vielleicht geht das um das geht wirklich die hätten wir da dann tut sich da was wie das war's schon ja 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 Sonntag übrigens wieder eine Folge Anonymous, da pflücken wir uns mal den Reich der Lüfte DLC vor, warum der, ich finde ihn geil, aber warum der für manche Anno-Spieler gar nicht so geil sein könnte. Ziemlich kontroverses Thema vielleicht für Sonntag. Hey, warte mal, wer bist denn du? Rekrutieren? Was ist da hinten los? Es fehlt immer noch Speer. Ich glaube, mir verkammelt man nicht ein ganzes Essen. Irgendwo arbeitet noch einer, sonst würde die Zeit vorspringen. Oh oh, da hinten? Was machst du da? Lotti, was ist los? Hungrig. Müde. Dunkelheit. Die Bewohner sehen gerne, was sie tun. Kenn ich. Du läufst ja schon fast in die richtige Richtung. Es wird Tag. Okay. GG, ne? So viel Bauschen. Ich sollte aufhören, irgendwas im Bau zu geben. Was haben wir denn eigentlich hier Knochen? Knochenreste? Lass forschen. Was machst du da? Das Huhn zerlegen. Was haben wir denn hier liegen? Okay, sie schaffen wieder was. Es sieht nicht nach Baumpflanzen aus, aber okay. So, und du hast sie wieder ein bisschen gegraben. Ich hoffe, das wird auch wirklich tiefer. Oh ja. Nice. Nice, dann können wir doch jetzt vielleicht die Wand noch setzen. Gerne auch mit Fenster. Yes. Auch wenn das Gefühl falsch rum ist. Es ist nicht nur gefühlt falsch rum, es ist falsch rum. So. Läuft doch, oder? Späer. Krieg ich ein Späer? Späerspitze. Gibt's da nachher einen richtigen Späer? Müsste ich mal, ich hab doch vorhin Stämme produziert. Müsste ich da mal forschen? Oh Gott, wie soll ich denn die denn finden? Mach mal, vielleicht ist das die Lösung. Stell mal hier nochmal irgendwie welche her. 20, mach mal 8. So, Rolls, Dings, haben wir ja wieder nicht. Was machst du? Baum pflanzen. Gut, gut, gut. Mach mal. Okay, Johannesbeeren, haben wir hier? Richtig? Nee, es ist eine Himbeeren. Scheiße. Äh, haben wir noch Himbeeren? Nee. Dann setz' ich halt noch ein paar Himbeersträucher. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, und dann sag ich euch, pflanzen Himbeeren. Hab ich da vorhin Brombeeren gesetzt? Himbeer, Himbeer. Johannesbeer. Ja, mal gucken. Vielleicht war ja auch das die Lösung hier. Was bringst du da her? Knochenstein. Toll, ihr mit euren Steinen. Knochenstein. 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 Euer Stamm hat entdeckt, dass er Knochen schnitzen kann, um Knochenmesser herzustellen. Und dass er sie auch schnitzen kann, um eine Knochenpluata herzustellen. Das ist eine Flöte, ne? Mach mal eine. Macht Essen. Kann ich erstellen? Was, die haben nicht? Kein brennendes Lagefeuer. Kein passender Gegenstand hinterlegt. Was machst du denn jetzt? Irgendwas suchst du. Warten Flint für erstelle, add Speerspitze aus Feuerstein. Okay. Oh ja, hier wird etwas gepflanzt. Immerhin. Und du machst das Feuer wieder an? Das ist keiner, der der Fähigkeit basic gucken kann. Das kann doch nicht sein. Ey, dann... Weißt du? Das geht mal gar nicht. Holzbau könnte mir noch jemand zuweisen. Allgemeine Arbeit tun sie eh alle. Steinbearbeitung. Bauen mit Stroh. Einfachs jagen. Feuer anzünden. So. Knochen schnitzen kann gerade noch niemand. Ist egal. So langsam komme ich nicht dahinter. Okay. So langsam komme ich nicht dahinter. Ah, die roten auf. Was? Mit Erde oder Lehm füllen? Das geht auf. Okay. Ich wollte eigentlich mal so eine Pflanze mitnehmen. Huch. Wenn ihr eh schon hier unten seid. Aus, Dickies. Und hier wieder ein todes Tier. Oh, sag mal hier. Duranos. Duranos. Mitnehmen. Sapiens. Ist ein super interessantes Spiel. Was natürlich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung steht. Ich habe hier definitiv Bock weiter zu machen. Ich glaube, wir schauen hier in irgendeinem Stream nochmal vorbei. Mal gucken. Aber. Ja, für heute soll es das gewesen sein. Denn, ähm, ja. Null Uhr. Bett. Und so. Und ihr wisst Bescheid. Wir raiden heute auch niemand mehr. Also. Danke fürs Zuschauen. Ähm. Wir sehen uns am Donnerstag zu einer Runde Fathers Frontier. Und. Oh, da bin ich schon fast im Urlaub. Ich freue mich. Für mich geht es bald. Zehn Tage nach Italien. Sehr nice. Okay. Also, Leute. Danke fürs Zuschauen nochmal. Haut rein. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.